Warum macht es für dich Sinn, deine Fähigkeiten am Saxophon einschätzen zu können? Ganz einfach, weil du dann mehr Spaß am Saxophon spielen hast. Wie das zusammenhängt, darauf gehe ich in diesem Video ein. Ich beschreibe dir die vier Levels des Saxophonspielens und zeige dir, dass dein Glück beim Saxophonspielen nicht vom Level abhängt, sondern dass du in jedem einzelnen Level glücklich sein kannst. Wieso garantiert deine richtige Selbsteinschätzung mehr Spaß beim Saxophonspielen? Wenn du weißt, was los ist, dann weißt du, was zu tun ist. Will heißen, wenn du weißt, wo du stehst, dann weißt du, was du üben musst. Und dann kommst du weiter. Und das motiviert enorm. Wenn du weißt, was du kannst, dann gibt dir das Sicherheit. Und dann hast du viel eher den Mut, in einer Gruppe mitzuspielen oder ein richtiges Konzert zu geben. Und das macht dann riesig Spaß. Andersherum bremst es dich total aus, wenn du nicht weißt, wo du stehst. Und das hat enormes Frustpotenzial. Kennst du das? Du bist so sehr davon besessen, die richtigen Töne zu spielen, dass du auf nichts anderes mehr achten kannst. Dann steckst du in der Tönefalle und kommst nicht mehr weiter. Und ich sage dir, nur die richtigen Töne zu spielen, das klingt sowas von langweilig. Ändere da auf jeden Fall deine Einstellung. Willst du langweilig oder willst du lebendig spielen? Na also, wenn du, wie ich auch, den Anspruch hast, lebendig Saxophon zu spielen, dann brauchst du nicht viele Töne. Deshalb kannst du in jedem Level überzeugend und ausdrucksstark Saxophon spielen. Natürlich auch in Level 1. In jedem Level gibt es klare Aspekte, die nötig sind, um dieses Ziel zu erreichen. Am effektivsten schaffst du das, wenn du alle Aspekte gleichermaßen entwickelst. Dafür ist es natürlich notwendig, dass du diese Aspekte kennst. Manche davon werden dir leichter fallen, andere etwas mühsamer sein. Das ist individuell sehr unterschiedlich. Kannst du dir vorstellen, ohne Noten zu spielen? Oder zumindest kurze Abschnitte ohne Noten zu üben? Es gibt andere, die lernen komplett ohne Noten, beziehungsweise weigern sich sogar, mit Noten zu arbeiten. Es lohnt sich aber auch, die mühsamen Themen anzuschauen. Also Noten lesen und auswendig spielen zu können. Nur so erreichst du Leichtigkeit in deinem Spielen. Hast du manchmal Frust mit deinem Stück, weil du einfach nicht weiterkommst? Kann das daran liegen, dass du ein viel zu schweres Stück ausgewählt hast? Die falsche Selbsteinschätzung kann eben genau dazu führen, dass du dir viel zu schwere Stücke auswählst. Wie wäre es, wenn du genau weißt, in welchem Level du stehst und deshalb die Aspekte kennst, nach denen du dein Stück auswählen kannst? Ein zu schweres Stück hat für dich zum Beispiel zu extreme Tonlagen oder zu komplexe Rhythmen. Vergessen wird dabei oft, dass jede Passage des Stückes auch klingen muss. Wie geht das zum Beispiel, ein überzeugendes Forte Piano zu spielen? Wenn du das wissen willst, dann klingt diese ganze Note, die da notiert ist, gleich viel lebendiger und nicht mehr wie ein langweiliger Ton, wo es gerade mal darum geht, den vier Schläge auszuhalten. Für ein gelungenes Forte Piano ist es nötig, dass du deinen Luftstrom und deinen Ansatz kontrollieren kannst. Dafür solltest du erst einmal einen Pianoklang und einen Forte Klang in dieser Tonlage stabil und kontrolliert aushalten können. Das Zusammenwirken von Luftstrom und Ansatz wird immer geschmeidiger, wenn du erst einmal begonnen hast, darauf zu achten. Der Klang gelingt dir dann immer leichter. Ein geschmeidiger Klang macht den Unterschied in jedem Level. Piano und Forte sind Themen in Level 1. Ein Akzent oder ein Forte Piano sind eher Themen am Ende von Level 1 bzw. in Level 2. Doch schon allein der Unterschied von Forte und Piano bereichert dein Spiel enorm. Du findest genügend spannende Stücke, in denen genau das eine Rolle spielt. Der Spaß an der Musik und am Saxophon spielen ergibt sich dadurch, dass du Fortschritte machst. Er wächst dadurch, dass du deine Freude am Musizieren auch hörbar ausdrücken kannst. Die Lebendigkeit deines Spiels ist also der Gradmesser für Spaß. Je leichter und geschmeidiger dir alles gelingt, desto ausdrucksstärker und lebendiger klingt dein Spiel. Und das Beste, das kannst du in jedem Level umsetzen. Du hast dich womöglich schon gefragt, warum ich noch nicht von Anfängern und Fortgeschrittenen gesprochen habe. Diese Begriffe, die sind für mich wenig zielführend. Tatsächlich bist du ständig Anfängerin und Fortgeschrittener. Jedes Mal, wenn du etwas Neues beginnst, stehst du am Anfang. Und dann schreitest du zum nächsten Thema fort und bist wieder am Anfang. Lassen wir das also sein, in den Kategorien Anfänger und Fortgeschrittener zu denken. Wichtig ist es vielmehr, dass du dich, egal in welchem Level du bist, immer wieder überwindest, Neues und manchmal auch Mühsames zu beginnen. Dann wirst du spüren, dass es leichter und leichter geht und das macht mehr und mehr Spaß. Wie sehen denn nun die einzelnen Levels aus? In Level 1 spielst du dein Lieblingslied und steigst in eine Band oder ein Orchester ein. Mit anderen zusammen zu spielen, das macht auch riesig Spaß. Und dafür brauchst du nicht viele Töne. Das Wichtigste für das Zusammenspiel ist das Pulsgefühl. Und je früher du darauf achtest, desto schneller klappt es auch mit der Band. Wenn du dort dein erstes Solo spielst, die Bandmitglieder dir anerkennen, zunicken, das Publikum applaudiert, dann sorgt das für dein erstes Gänsehautfühlen. Dafür machst du es. Und deshalb hast du in Level 2 auch schon viel geübt, um dein Instrument und deinen Klang im Griff zu haben. Level 3 bedeutet, dass es dich auf die Bühne zieht. Das ist die große Erfüllung für dich. Du übst ambitioniert, weil du dich auf Konzerte, Wettbewerbe oder sogar ein Saxophonstudium vorbereitest. Als Erwachsene möchtest du in einem hochklassigen Orchester oder Ensemble oder einer eigenen Band mitspielen. In Level 4 befindest du dich auf dem Weg zum Profi. Die Musik ist dein Lebensinhalt. Du wirst mehr und mehr selbstständig, kümmerst dich selbst um Auftritte, entwickelst deinen eigenen musikalischen Stühlen. Instrumental und musikalisch dehnst du deine Grenzen immer weiter aus. Du siehst, in jedem Level kannst du Spaß haben. Und in jedem Level warten coole Stücke auf dich. Nur die Zielsetzungen sind unterschiedlich. Deshalb gibt es in jedem Level auch Anfänger und Fortgeschritten. Und in jedem Stadium kannst du Stress haben oder Spaß und Erfüllung. Wenn du weißt, wie es weitergeht. Welche konkreten Inhalte gibt es nun in jedem einzelnen Level? In Level 1 geht es um Stabilität. Du spürst die stabile Körperhaltung, bevor du einatmest. Und die Musik fühlt sich stabil an, weil du den Puls spürst. Das ist auch die Voraussetzung, um mit anderen zusammenzuspielen. Selbst mit einer Player-Lang-Aufnahme. Die Töne von C1 bis C3 in den Tonarten C-Dur, F-Dur und G-Dur reichen dafür völlig aus. Wenn du mehr Töne benötigst, kannst du die einfach in deiner Grifftabelle nachschauen. In Level 1 geht es darum, deine Körperwahrnehmung zu steigern. Denn der Klang entsteht in dir, nicht in deinem Instrument. Du erlebst das Saxophon als körperliches Instrument. Wie stehe ich da? Wie bewege ich meine Finger? Wie nehme ich das Saxophon in den Mund? Wie atme ich ein? Wie bringe ich die Luft zum Fließen? Wo sind meine Resonanzräume? Dafür helfen die von mir sogenannten Beschmeidigkeitsübungen. Das sind lange Töne, Intervalle, Oktaven und Tonleitern. Und es geht darum, das Hören zu lernen. Dafür hilft es zum Beispiel, eine Melodie von C-Dur nach F-Dur zu transponieren. Außer den Ohren gibt es noch weitere Wahrnehmungskanäle. Den Puls zum Beispiel kannst du körperlich spüren, wenn du dich zur Musik bewegst. Zum Beispiel auf dem Platz zum Spielen gehst. Das Training in Level 1 dauert ca. 1-2 Jahre, wenn du pro Woche ca. 3x 20-60 Minuten übst. Das sind Durchschnittswerte. Am Anfang reicht es natürlich auch schon, wenn du 2x pro Woche ca. 10 Minuten die richtigen Übungen machst. In Level 2 ist das Saxophonspielen für dich zu einem richtigen Hobby geworden. Das ist dir auch wichtig. Vielleicht hast du sogar schon eine eigene Band. Während du in Level 1 mit deiner Aufmerksamkeit noch mehr nach innen gerichtet warst, um wahrzunehmen, wie der Klang in deinem Körper entsteht, kannst du in Level 2 während dem Spielen den Kontakt zu deinen Mitspielern aufbauen. Das macht richtig Spaß. Es ist für dich kein Stress mehr, zum richtigen Zeitpunkt die richtige Note zu spielen. Vielmehr gestaltest du jetzt gemeinsam mit deinen Mitspielern den Klang. Und da spürst du eine große Erfüllung darin. Das gelingt dir, weil du in den Geschmeidigkeitsübungen eine Routine entwickelt hast. Und weil du weißt, wie du ein Stück erarbeitest. Level 2 steht für Sicherheit. Alles gelingt dir sicher und das fühlt sich super an. Du kennst die Dur- und Molltonleitern bis drei Vorzeichen und alle Pentatonik- und Bluestonleitern. Damit das alles geschmeidig läuft, reicht da ein Umfang von C1 bis D3. Wichtig ist für dich ein gleichmäßiges und fließendes Tempo. Es geht noch nicht um Schnelligkeit. Du trainierst dein Ohr, indem du dich im Zusammenspiel um die Intonation kümmerst. Das heißt, du hörst genau hin, ob du mit deinen Mitspielern auf einer gemeinsamen Wellenlänge bist. Einfache Melodien kannst du direkt nachspielen. Du übst pro Woche ca. 3 bis 4 Mal, ca. 45 bis 90 Minuten pro Einheit. Dann kommst du in 3 bis 5 Jahren in Level 3 an. Im dritten Level stehst du einfach gerne auf der Bühne und zeigst dein Können. Du spielst auch extrem gerne mit anderen zusammen. Die Musik ist eine große Erfüllung für dich. Du übst regelmäßig und ambitioniert ca. 5 Mal pro Woche 60 bis 150 Minuten je Einheit. Je nachdem, wie viele Stücke du für die nächste Bandprobe oder für dein Konzert vorbereiten musst. In Level 3 geht es um Performance. Deshalb beherrschst du jetzt den kompletten Tonumfang in allen Tonarten, steigerst das Tempo mithilfe des Metronoms und beginnst deinen Klang durch Vibrato zu vergrößern. Du hast die Intonation im Griff und kontrollierst sie mit dem Stimmgerät. Für dein Hörtraining transkribierst du Soli von deinen Vorbildern, um sie nachzuspielen. Diese Präzision und Virtuosität ermöglichen es dir, deinen eigenen Ausdruck in jedem Moment und in jeder Umgebung mitzuteilen. Nach ein bis zwei Jahren intensiven Trainings steigst du in den vierten Level ein. Der vierte Level führt dich zum Profi. Die Musik ist dein wichtigster Lebensinhalt geworden. Du wirst mehr und mehr selbstständig, indem du dich selbst darum kümmerst, regelmäßig auf der Bühne zu stehen. Du entwickelst dein eigenes musikalisches Profil. Vielleicht schreibst du sogar eigene Stücke. Du minimierst deine technischen Einschränkungen und wirst immer freier im Schwierigkeitsgrad deiner Stücke. Du integrierst das Altissimo-Register in die Tonleitern und übst vielleicht sogar die Viertelton-Tonleiter. Du verfeinerst deine saxophonistischen Effekte, wie zum Beispiel Glissandi und Slap. Und du beschäftigst dich mit Übungen zu den Multiphonics, das sind die Mehrklänge auf dem Saxophon. Du kennst dich in der Musiktheorie und in der Jazzharmonik aus und kannst sie anwenden. Nur der Vollständigkeit halber mache ich auch im vierten Level eine Angabe zum Umfang. Die ist jedoch individuell sehr unterschiedlich und richtet sich nach vielen Aspekten. Du kannst die technischen und musikalischen Anforderungen im Level 4 in zwei bis drei Jahren schaffen. Da übst du fünf bis sechs Mal pro Woche und das kann jeweils zwei bis acht Stunden dauern. Doch was bringt dir diese Angabe? Also ich glaube jetzt nicht viel, denn letztlich sind es deine Einstellung, dein Wille und auch dein Netzwerk, das dich zum Profi machen. Vielleicht ist diese alte Formel für dich ein Orientierungspunkt. Zehntausend Stunden Übung in zehn Jahren machen dich zur Meisterin bzw. zum Meister. Du fragst dich vielleicht, wie das alleine alles möglich ist. Alleine ist das gar nicht möglich. Du wirst ohne die kompetente Unterstützung einer Lehrkraft diesen Weg nicht gehen können. Schon der Einstieg in Level 1, wenn es darum geht, wie du dein Saxophon richtig hältst, schon der wird schwierig. Du brauchst die saxophonistische und musikalische Unterstützung von Anfang an und zu jedem Zeitpunkt. Jeder Zeitpunkt bedeutet auch, dass der traditionelle wöchentliche Unterricht nur bedingt hilft. Du brauchst Hilfe, sobald du eine Frage hast. Das ist zum Beispiel in der Community My Saxophon Class, in der alle meine Schülerinnen und Schüler versammelt sind, möglich. Da bekommst du jederzeit eine Antwort, wenn du sie brauchst. Fortschritte zu machen ist sehr individuell und braucht die Empathie und Flexibilität der Lehrkraft. Wie ich als Lehrer meine Fähigkeiten ideal einsetzen kann, ist aber auch vom Format abhängig, in dem ich unterrichte. In meinen bald 30 Unterrichtsjahren ging es auch immer wieder darum, die Schülerinnen und Schüler zum Üben zu motivieren. Ich habe viel Zeit darauf verwendet, den Übefahrplan zu entwickeln und die einzelnen Levels immer klarer zu gestalten, um dir mehr und mehr Selbstständigkeit beim Üben zu ermöglichen. Den Übefahrplan kannst du übrigens downloaden, den habe ich für dich vorbereitet. Melde dich in der Videobeschreibung zu meinem Newsletter an, dann kannst du ihn direkt herunterladen. Letztlich bist du jedoch mit deinem Instrument die meiste Zeit alleine, nämlich immer zwischen den 1 zu 1 Einheiten, in denen du mich oder deine Lehrkraft siehst. Doch es gibt neue Unterrichtsformate, in denen die wöchentliche Unterrichtseinheit weiterentwickelt worden ist. Gerade die Community My Saxophon Class ermöglicht es mir, dich zeitnah beim Üben zu begleiten. Du bist nicht mehr alleine. So kannst du dein Lieblingsstück leichter lernen und kommst auf dem Saxophon schneller voran. Das ist für mich der wichtigste Aspekt, um Freude und Erfüllung mit dem Saxophon und an der Musik zu haben. Genau das wünsche ich dir. Bis zum nächsten Mal auf dem Kanal der Saxophonschule Christoph Kirschke.